Was geht ab, liebe Leute, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homefront. Alter, nur Frauen hier drin, oder was? Und alle sprechen auf einmal? So. Ja, Stimmungsaufheller. Ich bin eigentlich einer, aber hey, Baby, wir machen das, wenn die Revolution zu Ende ist, ja? Dann nehme ich dich mal so richtig... Naja. Ähm. Also, in dem Gebiet habe ich nur noch eins. Ich bin mal gespannt, was danach passiert. Jetzt machen wir die Scheiße mal. Und dann... Ja, und dann schauen wir mal. Ähm. Halt, Moment, 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 bevor ich hier rauslaufe. Wo war das nochmal da? Gibt's da auch... Steckbriefe? Also, Nebenmissionen, ja, ne? Ja, und zwar... Oben. Ne. Jetzt, Moment mal. Ja, doch, oben. Nenn wir das mal irgendwie hoch, ja. Oder unten, ja. Okay, unten. Ähm. Hey, die sind weg. Ach, die habe ich woanders freigeschaltet, und darum sind die auch hier weg. Ja, wenn ich jetzt schon mal hier unten bin, dann... Dann gucke ich mal, ob ich irgendwas mit einsammeln kann. Äh. Nur Affen unterwegs, und mit dieser Bande soll man hier eine Revolution schaffen, ja? Ich muss sie ihn übel nehmen. Äh, nee. Okay. Krass war ja, dass ich Ärger gekriegt habe von so einem... Von so einem... Ja, du kommst mit. Du kommst mit, ja. Du kommst auch mit, halt. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe Ärger gekriegt von so einem blöden... Äh, Arzt. Ich wäre zu hart und hätte noch mehr durcheinander gebracht und so weiter. Was für ein Labertante, ey. Also normalerweise wollte ich ja Geld sparen und... Equipment... Also nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Kleidung? Genau, das da unten wollte ich ja eigentlich freischalten, aber... Bis ich die 5000 habe, verdammt nochmal. Da könnte ich auch auf dem Weg mehrere Sachen haben, irgendwie. Ach, ist schon scheiße, ne? Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas mit dem... Äh, mit dem... Mit dem Tech da... Homefront-Tech nenne ich das mal. Ob ich damit irgendwas freischalten kann. Und zwar Fernzünder-Brandbombe. Kostet ein Zehner. Komm, nehmen wir mal. Annäherung Sprengstoff. Guck, den müssen wir erstmal freischalten, verdammt nochmal. Habe ich gar nicht gehabt. Fernzünder-Sprengstoff. Äh, ferngesteuertes Auto. Den habe ich jetzt auch. Äh, Annäherungs-Hack. Fernzünder-Hack. Ferngesteuertes Auto-Hack. Wäre auch gut. Annäherungsablenkung. Ferngesteuertes Ablenkung? Was ist das? Ferngesteuertes Auto? Ablenkung. So. Jetzt habe ich einiges freigeschaltet. Eins kann ich noch freigeschalten, weil ich schaue ja selten vorbei. Darum nehme ich das jetzt mal alles mit hier. Äh... Fernzünder-Sprengstoff ist besser, finde ich jetzt. Also gut. Aufsätze. Äh... Ist vielleicht auch interessant. Scharfschützen-Zielfernrohr. Nein. Da, für die Treffsicherheit. Den nehme ich einmal mit. Schalldämpfer. Ne, brauche ich nicht unbedingt. So, das reicht jetzt. Zum Verkaufen habe ich nichts gehabt, oder? Nein, habe ich nicht. Alles klar. So, dich werden wir jetzt erstmal aufmotzen hier. Da habe ich was für dich. Einen Unterlauf. So. Treffsicherheit. Einen Punkt mehr. Alles klar. Geile Sache. Cool. Ne, ne. Mission habe ich ja schon angewählt. Alles klar. Hey, du kommst mit. Du da auf dem Boden. Lass uns loslegen. Na klar. Lass uns loslegen, sagt die Frau. Alter, alter. Dreh dich mal um. Hey. Dreh dich mal um. Ja, genau. Alter, du hast ein Gerät, ey. Also gut. Gehen wir weiter. Da drin sind auch noch ein paar Leute. Die kann ich auch vielleicht mitnehmen. Nur Frauen. Ohne Witz. Also den Krieg soll man mit Frauen gewinnen. Auch nicht schlecht. Oh, was. Das sind diese Gase hier, ne. Muss man aufpassen. Meine Scharfschützen da oben unterwegs. Ja, jo. Alles klar. Sauber. Komm, brech mal auf hier. Widerstandslager entdeckt. Da muss ich ja irgendwie auch mal Fotos davon machen. Irgendwie. Ich hab das dann noch nicht ganz kapiert. Nein, Fotos, hab ich gesagt. Ja, jetzt mach Fotos von Motorradlagern. Jetzt hat das geklappt. Alles klar. Ähm, ich muss da irgendwie rüber gleich, ja. Komm mal mit, ihr geilen Tussis. Geile Tussis, komm mal mit. Äh, Licht wäre nicht schlecht. Ja, genau. An dieser Stelle gab es früher einen illegalen Lebensmittelmarkt, bis die KVA ihn dicht gemacht hat. Geh dorthin und sieh nach, ob es dort noch etwas gibt, was wir benutzen können. Alter, was platzt denn da? Das sind meine Leute, oder? Ja. Hey, Moment mal, da kann doch einer mit mir kommen. Moment mal, hab ich gesagt. Hey, hier ist der Boss. B-b-b-b-b-boss. Hallo. Na, fickt euch. Hier, reichten mir. Ihr beiden. Hm, 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 hm. So, die Frage ist, wie kommen wir da rein, ne? Jetzt kommt mal mit. Wir müssen irgendwo so einen Geheimweg geben, ey. Hallo? Ich soll da in den scheiß Wagen rein, oder was? Bestimmt doch was nicht. Hallo, da zielt irgendeiner. Ja. Hallo, weg da. Ich hänge hier fest. Da oben zielt einer. Na, verdammte Scheiße noch mal. Den krieg ich noch, wartet ab. Na, wo ist denn der? Na, die Frage ist, wo muss ich hier hin? Ich muss da irgendwie rein, oder nicht? Hey, ihr beiden Frauen, komm. Hilf mir doch mal, wo muss ich hier hin? Soll ich das in die Luft sprengen? Jetzt werde ich wieder angevisiert von dem blöden Schneiper. Schneiper. Na ja, Moment mal. Hole den Vorratsspeicher des Widerstands zurück. Ja, will ich doch. Vielleicht kann ich es noch gar nicht machen. Ich weiß es nicht. Kann ich die Mission überhaupt machen? Ja, was denn? Jetzt treffe ich ihn, oder nicht? Hey, Widerstand. Schießt die auch mal mit. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, meine Damen und Herren. Da muss ich rein, oder was? Das ist doch ein Scheiß. Was soll ich da drin? Da rauf. Ne, das ist, ehrlich gesagt, echt ein Scheißgerade hier. Moment mal, da ist was. Da ist was. Da ist irgendwas. Ja, das ist, manchmal ist es so easy. Und manchmal ist es echt ein Rätsel, bis man die Missionen alle hat. Guckt doch mal, da ist doch was. Da ist doch was, oder nicht? Jetzt zielt der Penner wieder auf mich. So, ich mach's mal. Ich versuch's einfach mal. Nee, gar nix. Bringt gar nix. Ehrlich gesagt, scheiße, mein... Da kommt einer. Ich komme, ich komme, ich komme. Finger weg von meinen Frauen. Alter, ich hab die ganze Wand voll geschmiert, ey. Also, es ist, ehrlich gesagt, gerade ein bisschen blöd hier. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Aber ich hab das Gefühl, man kann gar nicht weitermachen. Wartet mal, komm mal her. Komm mal her, ich mach eine Frau... Ey. Boah, die... Alter, du sollst nicht in meinen Maul rein. Jetzt warte ab. Ich mach ein Bild von euch. Wo seid ihr überhaupt? Ist so dunkel. Hallo. Komm mal mit, komm mal mit. Da ist es, Hell. Ja, genau. Jetzt bleibt stehen. Genau, mach Fotos vom Widerstand. Hab ich jetzt auch gemacht. Kann ich noch einmachen? Nee, das zählt dann nicht mehr. Also gut. Ich werd dann die Mission mal abbrechen. Und dann irgendwann anderes mal dahin kommen. Wir gehen jetzt zur Polizeirevier. Zum Polizeistation. Alles klar. Bis später. Ich hab jetzt irgendwie aufgelöst. Irgendeinen von denen. Darum hat die gesagt, bis später. Die geile Sau. Da ist nochmal ein Motorrad. Foto machen gleich. Ist ja auch eine Mission. Krieg ich Geld dafür. Ja, wie jetzt? Hab schon zwei gemacht, oder was? So, Lady. Tut mir leid. Du kommst nicht mit. Jihah! Moment mal. Alle hatten ja scheiß kein Licht. So, jetzt. Ähm. Da sind jetzt aber zwei Ziele. Alter. Ah! Kann man die scheiß Gepiepse nicht abschalten? Einfach. Rechts, 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 rechts. Wenn überhaupt rechts ein Weg da ist. Normal schon. Der Karten zufolge ist da ein Weg. Ah! Das ist ja echt blöd. Also mit dem Licht ist das echt blöd, meine ich jetzt. Naja. Wisst ihr was? Ich scheiße aufs Motorrad. So. Machen wir das halt selber. Aber ich glaube, ich laufe hier falsch. Ich laufe... Da ist ein Riesen... Ich glaube, ich komme da nicht vorbei. Nein. Ich komme da nicht vorbei. Ich muss auf jeden Fall da hin. Zum Tunnel. Aber da wäre auch ein Tunnel. Egal. Jetzt habe ich sie erstmal da angewählt. Komm. Und da geht's jetzt hin. Und du kannst mitkommen, wenn du willst. Bereit, wenn du es bist? Ja klar, ich bin nicht bereit. Zieh dich aus. So eine Scheiße. Ab jetzt. So, jetzt kann ich hier rein. Oder rüber. Foto. Sauber. Wo ist die andere von mir? Da bist du. Komm her. Hey. Oh. Weg, 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 weg. Weg hier, weg hier. Wapapapapa. Na, da ist jetzt auch ein Panzer hier. Warte mal, ich muss sowieso da lang. Ich muss sowieso... Hier entlang. Nein. Ach, da rein. In mein scheiß Lager rein. Da ist ein Panzer, verdammte Scheiße. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe. Keine Panik, keine Panik. Das schaffen wir schon. Also gut. Ihr passt hier auf. Ich geh rüber. Oh, Mann. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Alter Schwede. Oh, komm mal, komm mal, hey Ja, ich könnte jetzt auch einfach gehen, aber das mache ich jetzt nicht Ich bringe es zu Ende Ich bringe es zu Ende Weil sonst verlieren wir noch das Gebiet hier, das will ich nicht Da ist noch einer So Da ist noch was zu mitnehmen Siehst du, hat es sich gelohnt herzulaufen Ja, was ist das für ein Scheiß hier? Genug geredet Genug geredet, genau Ich hau jetzt ab Und ihr könnt hier weiter stöhnen Aber warte mal, da ist auch ein Motorrad, den ich rausholen soll Äh, hab ich auch was freigeschaltet dann Ach man, komm her Da, hier Und ein Foto kriegst du gleich mit Alles klar Ich hau ab Hey Leute, alles klar bei euch So, hab ich erst mal richtig alle erschreckt Brandbomben Kann ich auch herstellen Nein, das kann ich alles herstellen Sündvorrichtung Nein, alles gut, soweit Ich nehm noch ein Ja, alles klar Gut, dass du es sagst Ähm, ich nehm noch einen Schluck Kaffee Und dann geht's weiter Dann geht's ins Tunnel rein Also, weiter geht's Was hat er gesagt Der braucht hier jemanden Ich wollte jetzt gerade hier reinlaufen Wo brauchst du jemanden Ach, hör doch auf, Mann Scheiße Haben die das wieder übernommen hier alles Wichtiges Ziel Ah, Mann Okay Zurück nach draußen Komm, zurück nach draußen Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Und ihr kommt mit, ihr Penner Kann man euch nicht allein lassen, ey Ja Alles klar Kann man euch nicht allein lassen, hier Ja, 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 ja Das mach ich schon Beschissenen, feigen Scharfschützen Ah, die zielen ja von überall Komm, zeig dich So Getroffen, ja Aber nicht tot So, tot Ich kann nichts tun Solange der Scharfschütze noch lebt Ja, ja, ja Einmal mit der Ruhe Komm, zeig dein Köpfchen Musst du mir immer am Weg stehen, du Penner Lebt der noch? Na, ich weiß nicht Da oben ist noch einer Du, komm mal her Wo bist denn du? Komm mal her Batsch, Alter Ei So, nochmal 250 Dollar verdient Gut, dass ich zurückgekommen bin Das Geld hab ich nötig So, ich hoffe Ihr macht jetzt nicht mal Nicht nochmal so eine Scheiße Immer wenn ich weg bin Weg bin, ja genau Wenn ich weg bin, ja Wenn ich weg bin, dann Verlieren die immer wichtige Ziele Also wichtige Orte Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal Jetzt hau ich aber ab Alle wach? Guck mal, die folgen mir nicht Die folgen mir nicht Also Jetzt geht's in den Kampf Versteckte Wege und Zugriffspunkte Werden von Mitgliedern des Widerstandes Oft mit blauer Farbe markiert Halte nach ihnen in ganz Philadelphia Ausschau Ja, das haben wir so langsam schon gelernt, ja Wenn deine Gesundheit niedrig ist Kannst du Per Steuerkreuz nach unten drücken Um einen Gesundheitsstick zu benutzen Geil aus die Atmosphäre hier Guckt euch mal das an Die Optik Ja, einfach geil Also ich brauche auf jeden Fall erstmal volle Munition Bevor ich da in den Kampf gehe Ein schönes Foto da unten Das wirkt jetzt alles so weit weg Und so altartig Leute Ja, ja, ich brauche Munition Da hast du recht Jetzt lade ich mich erstmal auf hier ein bisschen Oh, hab ich schon Alles klar Dann gibt's ja keine Sorgen Dosen Thunfisch Wozu das gut sein soll Hört man Die ganzen Geschreie Ich glaube, das muss Die Revolution sein, ja Da sind wir jetzt Okay Da laufen wir jetzt hin Was ist das? Ich dachte schon, ein BMW, ey Ja, klar Alter Tu es Also ich laufe hier einfach durch die Straße Mit einer Waffe in der Hand Einfach keine Angst zeigen, würde ich sagen, oder? So, nochmal einen Schluck Und dann geht's ab Jo Hier war's, ja Da kommt nachher ein Vetter raus Den muss ich erstmal wegsprengen Was war das für einer? Der war schon stärker als die anderen Ja, das stimmt schon, ja Ja, von hinten kommen jetzt auch noch welche Hätte ich mal ein paar andere mitnehmen sollen Die mir helfen So, der ist tot Jetzt kommt der Dicke, den ich meinte Oder? Ja, jetzt kommt er Jetzt kommt er nochmal Ich hab ihn doch in die Luft gesprengt Verdammt nochmal Nein Ah, ich hab mich doch geheilt nochmal Ah Ich glaub, ein Molotow-Cocktail wäre da die bessere Lösung Also gut Ich hab auch falsch gezielt immer Fünf Wertsachen verloren Das ist natürlich richtig bitter Das ist natürlich richtig bitter Ja, ja Also, auf jeden Fall ist es eine große Hilfe Wenn ich Leute mitnehme Ne? Nein, 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 nein Zurück, zurück, zurück Waffenhülle, Pistole, Standard Na gut Ne, ich hab jetzt einfach mal Einfach mal nur geguckt Äh, du kommst mit mir Ich brauch aber noch einen Wohl mehr als einen Kann ich da rüberspringen? Nein Also mit zwei Erste-Hilfe-Sets Komm ich da jetzt Nicht weit, glaub ich Dann holen wir uns nochmal Verstärkung Wo war denn hier noch Was von mir Keine Leute von mir Das ist aber bitter Das ist aber bitter Äh, da Hier, hier war doch was Stimmt Ist doch auch ein Lager von mir gewesen Kupferdraht Kupferdraht Ja, ja, ja Ist auch gut so Hier hol ich nochmal Zwei oder drei Kämpfer mit So viele da Wie da sind Ne, hier ist es gar keiner So wie es aussieht Ist hier gar keiner Scheiße Ne, hier ist gar keiner Und jetzt ist der andere auch noch weg Da war ja einer hinter mir her die ganze Zeit Und jetzt ist der auch noch weg Fuck Also gut, dann machen wir es halt alleine Diesmal mache ich es mit Molotow-Cocktails Ja, ja, dann komm mal her Dann komm mal her Oh, von hier kommen die auch Ja, jetzt muss ich aufpassen Jetzt muss ich aufpassen, ja Alter Alter Jetzt kommt er Nein Wo hab ich denn den hingeschmissen Okay, der Dicke ist tot Der Dicke ist tot Das müsste es eigentlich machbar sein Eigentlich Ach, das scheiß Zielen hier Kann man es nicht feiner einstellen Okay, auf die Füße schießen Das bringt auch was Jetzt erstmal schön aufsammeln hier Erstmal schön aufsammeln Oh, da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Das sind auch noch Schrotflicken-Typen, ey Da muss ich aufpassen Ja, da muss ich aufpassen Die sind hart Da kommt noch einer Na ja, da muss ich halt immer Also nicht draufhalten mit dem Schießen Sondern einzeln schießen Da kommt wieder ein Vetter Da kommt wieder ein Vetter Ich brauch mindestens zwei von denen Ne, ist doch kein Vetter Sah nur so aus Sah nur so aus Da ist ein Vetter Nein, ich hab ihn doch auch gehabt Ach, bitte nicht Ach, ja Also gut, Jungs Ich würd sagen Das war jetzt diesmal Eine Folge Aber wir hören an dieser Stelle auf Würd mich freuen, wenn ihr an Also das nächste Mal dabei seid Und dann schaff ich's Ich verspreche es euch Ich verspreche es euch Also haut rein, Jungs Bis zum nächsten Mal, ja Bis zum nächsten Mal, ja